Heute geht es um asynchrone Funktionen in JavaScript. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video-Tutorial. Heute geht es mal wieder um JavaScript. Und zwar werden wir mit zwei Funktionen arbeiten, und zwar mit diesen beiden. Und was genau diese machen und warum sie so unfassbar mächtig sind in JavaScript und warum JavaScript damit noch mal ein ganzes Stück näher herangerutscht ist, wirklich coole Sachen zu machen. Das Ganze ist ziemlich einfach zu verstehen eigentlich, und deswegen fangen wir auch direkt an. Also los geht's! So und los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es um async and await. Async bzw. asynchrone Funktionen in JavaScript sind essentiell. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Standard-Event-Loop von JavaScript, wenn wir jetzt beispielsweise einfach drei Ausgaben machen. Einmal console.log, console.log am Ende und hier in der Mitte im console.log mit Function. Das Ganze ist in einem Timeout, was heißt, es dauert eine Sekunde, bis es ausgeführt wird. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und einfach mal ausführen, seht ihr, dass diese beiden Werte direkt ausgeführt wurden und Function am Ende dazu kommt. Das heißt, es wird alles synchron ausgeführt in einem Thread. Das heißt, alle diese Werte werden gleichzeitig gestartet, kommen aber unterschiedlich schnell am Ende an. Das ist grundsätzlich oft kein Problem für JavaScript, wenn man jetzt ein Click-Event oder so etwas ausführt. Wenn man komplexere Sachen macht, wird es allerdings problematisch. Und hier ist das praktisch an asynchronen Funktionen, die mit Promisen arbeiten. Ein Promise ist im Prinzip nichts anderes, außer ein Proxy-Wert für ein Ergebnis, das wir noch gar nicht haben. Das heißt beispielsweise ein Datenbank-Call, ein API-Call mit Angular oder Vue oder so was. Wir fragen, hey, gibt es diese ID? Schick uns die zurück, wenn du sie hast. Und wenn wir sie zurückgeschickt haben, nehmen die ID und schicke einen nächsten Call an eine weitere Anfrage. Beispielsweise bei einem Login oder so etwas ist das eigentlich Standardpraxis, dass man mit sogenannten Senn- oder Callback-Syntaxen arbeitet, um im Prinzip Sachen zu verschachteln. Wir faken uns jetzt mal kurz einfach so einen kleinen Ablauf, um das ein bisschen besser zu verstehen. Und zwar sagen wir, okay, wir haben jetzt hier eine Funktion, die ich mir von Mozilla geklaut habe, beziehungsweise vom MDN-Library, wo ich einiges aus diesem Tutorial her habe. Da stellen wir uns einfach einen neuen Promise. Dieser Promise wird nach zwei Sekunden ausgegeben und gibt uns den Wert 2 zurück. Was heißt, wenn wir diese Funktion hier ausführen, bekommen wir den Wert 2 zurück. Das tun wir jetzt einfach mal und sagen hier mit Senn, wenn wir das Ganze zurückbekommen haben, dann logge uns das Ganze bitte mal als Konsole und kriegen jetzt hier nach zwei Sekunden einen Wert zurück, nämlich die 2. Zack, hat wunderbar funktioniert und könnten jetzt hiermit weiterarbeiten. Das heißt, wir können jetzt hiermit, wo jetzt einfach nur console.log drinsteht, könnten wir jetzt einfach mit dem Wert, den wir zurückbekommen haben, weiterarbeiten. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt mal ein bisschen schöner. Wir haben jetzt hier einen HTTP-Fake-Call, haben hier einen kleinen Array mit Max, Sven und Tina mit einer ID und geben uns hier einen Promise zurück mit Names und der ID, die wir an diese Funktion übergeben. In dem Moment übergeben wir hier unten die 1. Das heißt, wir kriegen Steven zurück, wenn wir das Ganze ausführen. Das ist im Prinzip nichts anderes als das, was wir gerade gemacht haben, nur ein bisschen schöner. Wir kriegen jetzt hier einen Wert zurück, mit dem wir was anfangen können. Grundsätzlich, was ist die Problemstellung hierbei? Ziemlich einfach erklärt, was passiert, wenn wir hier mehrere Werte haben? Beispielsweise haben wir jetzt hier die Ausgangssituation. Wir haben hier nicht nur einen Wert, sondern wir haben jetzt hier zweimal einen Datenbank-Call. Das heißt, wir fragen zweimal die HTTP-Calls an, einmal mit dem Value A, einmal mit dem Value B und das Ganze wollen wir uns hier unten ausgeben lassen. Das heißt, wir kriegen jetzt in dem Moment zweimal Pending zurück. Wie schon gesagt, können Promises drei unterschiedliche Zustände haben. Einmal Pending, was heißt, das ist sowas wie der initiale Status in dem Moment, wo es halt initialisiert wurde. Und dann gibt es Fulfilled, was heißt, es gab ein Ergebnis, es wurde erfolgreich abgeschlossen und Rejected. Das Ganze wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, was beispielsweise bei HTTP-Calls eigentlich immer der Fall ist. Es kann ja auch sein, dass der Server nicht zu erreichen ist oder ein Fehler aufgetreten ist. Das heißt, wenn wir jetzt so etwas machen, kriegen wir hier Pending zurück. Und woran liegt das? Wie schon gesagt, diese vier Funktionen werden synchron gestartet. Das heißt, wir geben hier Ergebnisse aus, die wir noch gar nicht kennen, weil in dem Moment sind diese zwei Sekunden hier noch gar nicht abgelaufen, wenn wir die hier unten abgreifen wollen. Eine Standardpraxis ist hierfür, um das zu verhindern, einfach so etwas zu machen. Das heißt, wir machen hier unseren ersten Call, unseren HTTP-Call. Wenn der Wert da ist, dann machen wir unseren zweiten und geben innerhalb des zweiten alle aus. Wenn wir das jetzt machen und abschicken, dann seht ihr aber schon, was nämlich passiert. Und zwar hier wurde das Ganze in zwei Sekunden abgeschlossen, hier in vier. Was heißt, wir warten hier zwei Sekunden, bis es da ist, warten dann hier wieder zwei Sekunden, bis es da ist. Das Ganze dauert dann schon vier Sekunden, bis es da ist. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, nicht nur man gibt hier einen kleinen Consolog aus, sondern schreibt hier komplexe Berechnungen rein und hat hier vielleicht nicht nur zwei Calls, sondern 30, die ineinander verschachtelt sind, habe ich schon gesehen, kann durchaus passieren. Dann wird das Ganze erstens mega unübersichtlich und zweitens dauert es echt lange, bis die abgeschlossen sind. Und hier können wir mit Async and Await einiges verändern. Und zwar das Erste, was wir jetzt machen, wir gehen mal wieder von unserer Ausgangslage aus und sagen jetzt hier, okay, wir haben unseren Wert. Wir können jetzt hier einfach in unsere Funktion Async reinschreiben. Das bedeutet, okay, wir haben jetzt eine asynchrone Funktion und das bedeutet, wir können hier unten bei Log Names, warte, das muss ich ändern, ich nenne das jetzt nämlich Call, weil es ein Datenbank-Call ist und sagen hier unten, okay, wenn wir eine asynchrone Funktion haben, wo wir ja wissen, die geben uns ebenfalls ein Promise zurück, dann können wir die hier unten mit Zen einfach wieder loggen. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und abschicke, kriegen wir allerdings hier einfach ein Promise zurück mit Pending. Was heißt, wir haben dasselbe Problem wie gerade eben. Und hier kommt unser zweites Wort, mit dem wir uns heute beschäftigen ins Spiel, und zwar Await. Und zwar, wenn ich hier reinschreibe Await, was heißt, wir erwarten jetzt etwas und das Ganze abschicke und hier starte, dann bekommen wir jetzt unsere Werte zurück. Was heißt, wir bekommen jetzt nach vier Sekunden Tina und Steven als Array zurück. Und das Ganze funktioniert, weil wir hier im Prinzip sagen, okay, starte die Funktion, starte diese Zeile, warte aber so lange, bis du hier den Promise zurück erhalten hast, bis du die nächste Zeile startest. Was heißt, wir machen nichts anderes aus, als diese Verschachtelung, die wir ebenfalls schon hatten. Allerdings starten wir es jetzt viel leserlicher. Aber jeder von euch, der schon mal mit sowas gearbeitet hat, merkt jetzt, das geht aber auch leichter, weil so haben wir im Prinzip zwar dieselbe Syntax, was heißt, wir können hier uns das ausgeben. Es sieht ein bisschen sauberer aus, aber es dauert immer noch fucking vier Sekunden, bis es im Prinzip am Ende ankommt. Und hier kommt die Verschachtelung, beziehungsweise diese Zeile hier ins Spiel, wo wir sagen, okay, erwarte einfach alle Promisse in der Funktion, was heißt in dem Moment A und B. Und wenn das passiert ist, dann gebe uns bitte den Promise zurück. Was heißt nicht vorher, sondern erst, wenn alles da ist. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und einfach mal ausführen, sehen wir jetzt hier, ja, es sind in zwei Sekunden haben wir beide Werte zurückbekommen, weil, wie gesagt, alles läuft synchron. Was heißt, diese beiden Funktionen werden gleichzeitig gestartet, kommen unterschiedlich an. Wir halten aber erst unser Ergebnis, wenn alle Promisse erfolgreich da sind oder auch nicht erfolgreich, das ist egal, und können dann das Ganze im Prinzip ausloggen und damit weiterarbeiten. Was heißt, damit können wir schon mal eine ganze Menge interessanten Shit machen. Jetzt wird es aber noch ein bisschen spannender. Und zwar, in vielen Fällen braucht man etwas wie so etwas hier. Was heißt, ich ersetze mal kurz diese Funktion und sage jetzt hier, wir haben jetzt hier eine ganz einfache if-Expression und sagen, okay, getFake. In dem Moment sollen wir halt den Namen max bekommen. Das ist unser erster Wert in dem Array. Okay, und wenn diese Call im Prinzip max zurückgibt, der Promise max ist, dann soll er uns max ausloggen. Wenn nicht, ist es ein Fail. Wenn ich das Ganze jetzt einfach mal wieder ausführe, bekommen wir hier direkt ein Fail, mehr oder weniger instant, und nach zwei Sekunden natürlich hier unten wieder unseren normalen Promise. Aber warum bekommen wir hier Fail? Wir wissen doch, dass der zweite, also der erste Name in dem Array max ist. Das müsste doch eigentlich korrekt sein. Das ist aber wieder der Grund, weil alles synchron ausgeführt wird. Was heißt, die if-Expression läuft durch, bevor unser Wert hier, also getHttpFake, max zurückgeben kann. Was heißt, dieser Wert hier drin hat schon wieder einfach nur undefined bzw.pending und damit tritt automatisch else in Kraft. Das Ganze können wir aber mega simpel umgehen. Und zwar sagen wir hier einfach direkt in unserer Expression await den Datenbank Call. Was heißt, in dem Moment wartet man jetzt zwei Sekunden, kriegt dann max zurück, weil wir so lange warten, bis hier ein Promise zurückbekommt, in dem Moment max, und vergleichen das, max ist gleich max. Was heißt, er soll uns das Ganze ausgeben. Das Ganze ist schon sehr praktisch und bietet viele, viele Vorteile. Und diese Funktion habe ich in der Vergangenheit oft genutzt, wobei ich hier empfehlen würde, das Ganze nicht so aufzubauen, weil, ihr gesagt, hier so lange braucht. Aber Beispiel, also es gibt immer wieder Fälle, wo man das einfach machen muss und wo es ganz praktisch ist, das zu wissen. Auch wenn ihr hier beispielsweise komplexe Berechnungen durchführt und vergleicht, ob beispielsweise dieses Ergebnis der Berechnung größer ist als irgendeine Zahl oder so etwas. Das nächste, was wir machen können, wir können das Ganze auch in Schleifen packen. Das heißt, wir können jetzt auch unsere Standard-Call sagen, wir machen jetzt hier drin einfach mal zack. So wollte ich es nicht. Wir haben hier eine ganz normale Standard-Vorschleife, die uns jeweils wieder hier unten das Ganze ausgibt. Hier können wir keinen Call mehr benutzen. Und können jetzt hier einfach sagen, okay, wir geben jetzt, laufen das dreimal durch. Das heißt, wir kriegen drei unterschiedliche Namen. Das heißt, wir sollten theoretisch jeden Namen bekommen, den wir in unserem Array haben. Das heißt, zack, kriegen wir hier auch ausgegeben in zwei Sekunden. Das hat wunderbar geklappt. So könnt ihr das Ganze machen. Allerdings kann das hier zu Problemen führen. Nicht in dem Moment, wo wir es jetzt hier haben, sondern wenn man davon ausgeht, dass ihr mit beispielsweise dieser Datenbankverbindung weitermachen möchtet. Was heißt, ihr wollt die beispielsweise, wollt ihr Werte aufmultiplizieren oder so etwas. Dann kann es nämlich passieren, dass unterschiedliche Datenbank-Calls, die hier zwar gleichzeitig gestartet werden, was man ja daran auch sieht, dass man hier das Ganze in zwei Sekunden abschließt statt in sechs, kann es passieren, dass die sich gegenseitig überspringen und so zu Fehlern führen. Wenn man jetzt so etwas macht, kann man beispielsweise das Ganze auch leichter umgehen und wir sagen einfach, okay, führe erst die nächste Schleife durch, wenn diese erfolgreich abgeschlossen ist. Wenn ich das Ganze jetzt nämlich ausführe, habe ich einen Fehler gemacht. Wo habe ich einen Fehler gemacht? Wir haben hier Await. Nochmal. Jetzt funktioniert es. Erstaunlich. Keine Ahnung, was falsch lief. Hier seht ihr jetzt aber, die kommen nacheinander und zwar in sechs Sekunden statt in zwei, weil wir jedes Mal warten, bis die nächste Vorschleife durchläuft, bis unser Promise da ist und dann geben wir ihn aus. Dann kommt der nächste Promise, geben wir ihn aus, machen den nächsten Promise, geben ihn aus. Was heißt, wenn ich hier drin halt nicht nur das Ganze lockt, sondern damit komplexere Sachen anstellt, ist das hier ein sinnvoller Weg, das Ganze zu steuern, beziehungsweise hier wie gesagt einfach Step für Step durchzugehen. Es dauert dann zwar ein bisschen länger, aber manchmal ist das ganz wichtig zu warten, bis eine Funktion fertig ist, bis man die nächste startet. Und das ist ein kleiner Einblick in die Macht von Async and Await, beziehungsweise asynchrone Funktionen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Wenn ihr diesen Challenge unterstützen möchtet, findet ihr natürlich auch einen Link unten in der Videobeschreibung zu Patreon. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.